und weiter geht's ja wir sind hier letztens stehen geblieben jetzt sind wir ein bisschen geschlafen drei stunden rum ganz fit für mich auch noch nicht aber äh also ich auch noch nicht gespannt habe was geht bisschen angelassen egal ab und zu ist man schon ein bisschen blind vor mir ich wegen neuen fernz ab sieht schon ein bisschen sachen die luft vorbei und überlegst es überlegst es und überlegst du machst dich keine gedanken ach das ist ein ja und nachher findet man einen motor und man sucht ein auto sucht das 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 und weiß einfach nicht mehr dass man hier gelesen hat dass hier ein motor fehlt ja weil er nicht repariert wird also findet man motor steckten hier rein und sagt geht es dann weiter und das überlegt man halt schnell und wenn man drauf zu tun passiert nix ok bläst nicht mal weg was ist das und dann hat man am ende den zernat das ging mir jetzt schon ein ein paar stellen an diesem spiel so und nachher muss man halt wissen was das schulvg internet fragen wenn man halt auch hier die sachen hier sehe ich nicht durch ist jetzt mal jetzt aber hohe source von jetzt sagen bildet hier zeit läuft jetzt vergessen und hier war das gedacht ja dann hätte man natürlich pech gehabt ok das heißt ich muss da 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 sein auf einer seite wo es runter geht zur küche ich habe ein spiel gerade nicht jetzt kommt zum bis jetzt kombinieren ¡Ha! ha 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 nein bidet hier loi halt tief ab mich will mich nicht lernen mit der Aufhaltung Stand これ ouais ja 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 dann natürlich nein ha gott zack nicht alles noch mal hier kaum alter ich hätte mal nehmen sollen ja hinten kommt er hoch ich muss ich muss ich muss verschwind mann ich will da kommi mann ich aber das egal komm schon Oh, Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Was mach ich jetzt, was mach ich jetzt, was mach ich jetzt, ich weiß die Scheiße. Ja, 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 scheiße. Ja. Ja. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. einfach aber ja da hat man die ganze zeit und sonst gespielt aber wir sehen uns beim nächsten video dann hat nicht so sein ja nicht nur kurz nach und nur ein bisschen schlafen schwingt sondern auch schon mal sieht man hat einfach keine speicher dinge und ich wollte nichts aber auch niemand sieht das kann doch teilweise nicht so richtig im hinterziehen weil du musst echt wenn die leute ganz schnell drücken zack 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 du musst die zahlen wie man gesehen hat so glaube ich geschnallt da steht ja eine zahl und die muss man mit den unteren versuchen also heißt zum beispiel sieben zahlen oder sieben punkte heißt man muss in 7 gedrückten Ziffer auf zahlen 81 das heißt du musst erst mal überlegen ok 9 so sieben mal 9 bis bei 63 als es eigentlich irgendwie zu wenig am Anfang geht es ja noch so und so in der art geht es ist nicht gerade ist ein bisschen tricky ist nicht gerade so einfach aber ja ich habe mir zu viel zeit in zombies gebraucht habe da auch keine schroße die duft weggeballert dann habe man drei vier zweiter noten gehält aber wie gesagt egal hätte ich bestimmt noch einige versuche gebrochen okay wir sehen uns in meinem nächsten video vielleicht läuft es dann besser hoffe es mal okay dann servus